Hallo, ich bin Bea. Ich zeige euch seit ein paar Schritten mit den Norden Schleifmitteln an das Ziel kommt. Denn mein Motto lautet immer so fein wie möglich, so grob wie nötig. Und denkt daran, gut gespürt ist halb gesehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.